Das ist schon ein richtiger Weg und dass wir es europäisch gemeinsam bestellt haben, das ist allemal richtig. Es geht auch nicht um Nationalismus, aber selbst Serbien impft jetzt schneller, ist vor uns. Ist es nicht ein Problem für die EU, wenn die, die außen sind, schneller sind und konkret nochmal nachgefragt? Und Serbien impft schneller, Serbien impft mit chinesischem Impfstoff. Jeder Impfstoff ist in der Europäischen Union willkommen, aber es wird nur der zugelassen, der von der Europäischen Medizinagentur auch die notwendigen Daten bringt. Und es hat zum Beispiel auch gedauert.